Servus, der Knochen wieder hier, hallo, na wie geht's, hi Leute, Knochen wieder hier, moin ihr Stammützler, heute spiele ich mal Brain Out, das Spiel ist so ein 2D Sidescroller eigentlich, so ein bisschen wie Super Mario, aber extrem blutig, im Geiste, was stand der, im Geiste der Sowjetunion oder irgendwie sowas, oder im sowjetischen Geiste, dachte ich, ah, was ist das denn hier, irgendwie porussische Propaganda, wäre mir eigentlich Wurst, aber, ich kann noch nicht viel dazu sagen, ich habe nur gesehen, dass man da rumspringt, so ähnlich wie, ach, wie hieß denn dieses Spiel, scheiß habe ich vergessen, aber wenn ihr es seht, dann fällt euch sofort auf, ah, sowas endlich habe ich schon mal gespielt, ähm, ich habe das Apotheon Arena, zum Beispiel, da war ja so im alten Griechenland, äh, das war so ähnlich, und dann habe ich noch irgendeines gespielt, nicht Skill, sondern, will eine Kampfhaffe aus, okay, jetzt muss ich jetzt mal was auswählen hier, äh, ja, ich habe noch gar keine ausgewählt, Achso, eins und zwei, okay, dass sie, Was? Nein? Äh, was, speziell, kann ich mir auch mal was auswählen hier? Während sie ein Schlagfeldmodus, schnelles Spiel, okay, jetzt kann ich was auswählen hier, äh, Hm, äh? Satz eins, Präzision, äh, hier, was ist das, das? Ich kann nicht durch, was war denn das jetzt gerade für ein Scheiß? Okay, ich kaufe mir mal die Wumme hier, okay, das habe ich jetzt all, hier, Sonder, Fummel, die Bummel, äh, habe ich noch gar nicht, 1, 2, 16, okay, das ist alles noch gelockt, das heißt, ich habe nur, äh, die beiden Wummen hier, such nach Spielern, Einstellungen, ich gucke hier mal rein, Vollbildsicht, äh, Auflösung, na, höher geht's wohl nicht, Wo? Blut ist an, ist an, ist an, ist an, Klang, Steuerung, ach, hier, W, A, S, D, Hauptwaffe, Nebenwaffe, Sonderwaffe, und das war's dann noch, hoffentlich so ziemlich, Messer 4, Messer auf 4, oh Gott, Kniebeuge, ach, scheiß drauf, linke Schiff, Control, ähm, Waffe neu laden, Auffahr von Blöcken, Liste von Spielern, Waffe hinauswerfen, Waffe entladen, Gut, ich merke mir jetzt einfach mal nur, das wichtigste, W, A, S, D, und R, und Left Shift, das reicht dann wohl erstmal, Ähm, Entschuldigung, Aufgaben, 0 von 3, gibt's hier Aufgaben? Short Speech, ich weiß nicht, was das soll, was ist das hier? Puh, keine Ahnung, schließen, ich sag mal, schnelles Spiel, oder? Wie man sieht, ich seh's grad hier, Online sind, äh, 1703 Spieler, Ich würd sagen, hier, ich hab ja mein Messer, okay, Gibt's hier sowas wie ein Tutorial, oder so? Suche nach Spielern, Einstellungen, Profil, ich geb kein Tutorial hier, Karte, Mappe, Mappe steht hier, Modus, was gibt's denn hier, beliebiger, normal, Deathmatch, Ich spiel erstmal, Obwohl, ne, ich komm, scheiß drauf, ich nehm den, ich nehm irgendeinen beliebigen Modus hier, da sind über 1000 Spiele online, fast 2000 sogar, und, ähm, ich geh mal davon aus, man wird das hier irgendwie schaffen, hoffe ich, das Spiel ist selber nicht, äh, festhalten, verbunden, Gewinnt, okay, das Spiel ist nicht sonderlich groß, das sind so knapp 300 Megabyte, nicht mal ganz, Jo, okay, Gucken wir mal, Ja, Satz, hier, äh, alles klar, bereit, komm, So, was bin ich hier, wie dreht mich denn, ah, hier, okay, Wer ist er, der gehört zu mir, okay, Können wir hier auch springen, wie springen wir denn hier, oh, 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 wo bin ich denn hier, Was höre ich denn hier für Geräusche? Hier geht das in den Leiter hoch, Oh, ich hab einen umgenietet, Digga, oh, shit, Mann, der war schnell tot hier, das ist, D bringt überhaupt nichts, denn man dreht sich einfach nicht, es dreht sich also mit der Maus, das ist ein bisschen ungewöhnlich, das erinnert mich so ein bisschen, wie, ja, in Apotheon-Arena, Wen hat er denn hier? Alter, wie schnell, was, Starbucket, okay, was hat er gespielt hier? AHHHHH! Okay, ich pass mal an die Leiter, HAH! Wie killt ihr denn hier beide? Was ist das denn? Habe ich auch, ich hab tatsächlich schon Punkte, hab ich grad gesehen, ich krieg die Shot hier nicht, oder? Ich glaub, jetzt hab ich die Shot, okay, ich bin bereit, ich tu mal so, als wär bereit, ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll hier, okay, die Shot ist eigentlich ziemlich cool, meiner läuft so langsam, das kann doch nicht wahr sein, und springen ist hier auch nur, ab und zu mal dran, das ist, weil man mit der verdammten W-Taste springt, jetzt hab ich's auch, äh, ich meine, ich hab's ja gelesen gehabt, aber, what the fuck is this? Das hat der, was hat der für ne Waffe, alter? Ne, das ist scheiße, ich bin offensichtlich nicht so langsam für den ganzen Quatsch hier, bereit, okay, Sir Buck, komm her hier, ich hab meinen gekillt, Headshot, Digga, ich hab einen Headshot, wie kann man eigentlich diese Waffen auslösen, wahrscheinlich erstmal gar nicht, so lange, oh, ich will gar nicht bis ganz nach oben, warum geh ich jetzt hier oben, ist so ungewöhnlich, wenn man hier, äh, wie gesagt, mit der W-Taste springt, und gleichzeitig noch hoch geht, und so, schläft er da, oh shit, die haben sich gegengelernt, die umgehen, oh shit, ich hab auch was gekillt, Headshot, haha, Headshot, oh come on, alter, was ist los hier, ne, echt jetzt, was ist ein Satz 2, ah, der hat die MP5, okay, ein Satz 3, gibt's noch gar nicht, okay, ich bleib erstmal hierbei, shit, wo bin ich denn, ich bin doch bereit, komm lass mich rein, wie oft killt er mich eigentlich, okay, das sind wahrscheinlich die Küken hier, die schon seit, an den Küken spielen, gehe ich jetzt einfach mal von aus, ich bin's nicht so, jetzt bin ich wieder hier, juhu, wie hieß denn dieses Spiel, wie hieß denn dieses Spiel, irgendwas mit War, die heißen auch alle irgendwas mit War, normalerweise, den hab ich nicht gesehen, fuck, alter, ich bin zu langsam, ich bin auch ehrlich gesagt, äh, heute war ein echt schlussiger Tag, aber, ähm, ich wollte es ja mal anzocken hier, irgendwie nach oben hier, okay, ich habe jetzt glaube ich, drei Kills, bisher, das bin Wichser, wieso sehe ich die nicht, okay, ich nehme mal jetzt die hier, komm einfach mal rein hier, schauen, dass man das ungeniehte kriegt, jetzt hat er hier, das ist so erbackelt, glaube ich, so heißt er, oh shit, ist er hier, ich häng hier fest, ich komme hier nicht weiter, warum konnte ich den jetzt, ich habe den abgedrückt hier, deswegen spiele ich nämlich zum Beispiel auch kein, kein Counter-Strike, ich bin einfach zu langsam für sowas, und dafür kriege ich jetzt gar nichts, obwohl ich geschossen habe, bin ich irgendwie daneben, so, jetzt weiß ich mir natürlich, wo habe ich jetzt hingeschossen hier, Alter, wo kam der denn jetzt her, boah, okay, ey, ich merke echt, das ist nicht so, warum ist jetzt schon wieder Sat.1, ich habe doch den zweiten Satz genommen, wo zählt denn der hin hier, voll scheiße, man sieht ja gar nicht, wo der hin zählt, offensichtlich hat hier gerade einer mit einer, oh shit, guck mal, der ballert in einer Schott, fuck, warum hier unten, ich habe was gekillt, dicke, fuck you, ihr Team hat verloren, ist wahr, sie haben drei Rating-Punkte verloren, was, was, wie, 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 wie komme ich hier raus, wo bin ich eigentlich, ein Söldner, was, 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 nein, nein, nicht in der erste Runde, ich will raus hier, fuck, ich wollte gar nicht hier sein, man, ich will doch nicht hier sein, hier wird man so ein bisschen paranoid, und man denkt die ganze Zeit, man will eigentlich nur ununterbrochen schießen hier, die Geräusche sind komisch, ist das Laufen, dieses, ich glaube, hier soll eine Musik laufen, aber ich höre hier gar keine, getötet von, aber ich glaube, ich habe auch getötet, ja, ja, ich habe was gekillt, es ist nicht scheiße, aber, es ist nicht scheiße, wenn man zu langsam ist, so, komm hier, komm hier, wieso, 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 schießen hier unsere Leute hier, es ist, die Steuerung ist mir einfach so ungewöhnlich, vor allem springen mit weh, es ist mir einfach so ungewöhnlich hier, ich gehe mal mit dem Typen hier unten lang, der läuft so langsam, das ist Wahnsinn, scheiße, ich wollte doch, ich habe nichts umgenietet, verdammt, ich dachte gerade, ich schaffe das noch, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Reichweite ist von dem Ding hier, ne, ich gehe mal davon aus, es ist ein Kalaschnikow, das ist doch scheiße, was ist denn das, der schießt einfach schon, weil er davon ausgeht, dass ich runtergehe, jetzt könnte man sagen, ja, wieso, ist doch richtig, aber, ich meine, ich müsste, hätte er da irgendwann vorbeikommen müssen, ich hätte doch erst geschossen, wenn, naja, so wie er hier, Kacke, jetzt wollen die den hier oben lieben, wieso bin ich jetzt hier oben, ich wollte gar nicht mehr hier oben sein, wieso habe ich den nicht getroffen, das ist das scheiße, ich nehme einen anderen Satz, guck, jetzt gehe ich mal hier runter, bleib jetzt der Obert worden, wer hat die denn Obert, die ist ja unsichtbar, habe ich gekillt, jo, Kopfstoß, jo, aber trotzdem, es ist nicht das, was ich mir, hier vorgestellt habe, ich weiß, ah, ich kann hier bei Asporn, oh shit, äh, also, kacke zu langsam gedreht, ich komme mit, die Steuerung macht mich fertig, muss ich ganz ehrlich sagen, das schaust drauf, ich weiß nicht, wie bei Asporn, aber, äh, so schnell kann man gar nicht, das ist auch nicht möglich, komm nochmal bei A, ja, komm lass mich rein hier, oh, ich hab was gekillt, ich lebe noch, ach, der ist von, ja, ist gut, alles gut hier, er hat diese Flagge, er obert, und wo guckt diese Flagge her, das war der Kollege hier, wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie, den zweiten ungenietet, und ich lebe, holy smokes, ich lebe noch, warten wir hier, guck dir den an, war ich das, das ist gut, ja, ungenietet hier, wahnsinn, triple kill, obwohl, naja, das war nicht, drei am Stück, also hintereinander, okay, die hat auch schon tun, oh shit, ey, ich brauch dringend einen MG, das ist eine Kiste, was ist das, was hab ich noch von jetzt, krass, ah ja, Satz 1, Stützpunkt A, blablabla, 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 das richtet mich hier, das, ich will immer, oh shit, ja, jetzt hab ich's gesehen, der schießt von hinten, ah, gekillt, und fast hätte ich den auch noch, so bereit, ich wusste nicht, dass die Munition hier leer gehen kann, aber stimmt, deswegen gab's wahrscheinlich auch eine Nachladetaste, kommt hier noch einer, nicht, dass die jetzt hinbekommen, wo kam die jetzt her, hier, alter, ah, reg mich auf, hm, hm, headshot, okay, okay, war ein headshot, yep, gut, der Ahner, wie kann ich die Kack jetzt aufnehmen, hab ich nicht geguckt, ist egal, die Tassen funktionieren zum Teil überhaupt nicht, ich weiß auch nicht, wieso, ich will mich ducken, aber der, der, der will nicht ducken, wenn mich das hier auch noch wäre, der will noch gut sein, ich glaube niemand wird das Messer je benutzen, denn, äh, das ist eine minimap, ja, jetzt sehe ich da oben, jetzt weiß ich, wozu das Ding überhaupt da ist, aber doch wieder schneller noch, lang, wenn man sonst irgendwas, alter, das ist ja bucket schon wieder, jetzt kommt das mir rein hier, echt, also, äh, es hat schon einen Grund, warum ich so eine Spiele, nicht, sondern die langen Spiele, genau wie Apotheon Arena, stopp, 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 wuh, wuhuhuhuhu, das blöde ist, der duckt sich hier nicht, was er eigentlich sollte, das wäre vielleicht noch besser für mich, aber er tut es nicht, hier seht ihr, die Steuerung ist total, vermalete, beruf, wuhuhu, wie, 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 ja, ich brauche noch eine Ewigkeit, also, ich habe wirklich einen Haufen, äh, Punkte hier, ich glaube, ich bin jetzt Söldner, wenn überhaupt, scheiße, ich komme hier auch nicht hoch, zurück, wieso schießt er gegen diese beknackte Wand, weiter, was ist das denn, was ist das, ein verkackter Cheater hier, auf jeden Fall, so cheatet hier, so sieht Cheaten aus, jetzt mal im Ernst, ähm, wo ist die Tür, ich will aufhören, ich weiß nicht, das sind nicht so, das kann doch nicht sein, was hat denn da, was sind das für ein Symbol, ein Schietzeboot, klar, so ein Herz und fff, guck mal, wie der ein nach dem anderen da wegknüppelt, was, Flagge ist verloren, wo, fuck, wenn man die Flagge holen, ja, fuck, Kopfschuss, Kopfschuss, wie man immer Kopfschuss sehe, das ist ja nicht normal, so, jetzt müssen wir mal länger die Flagge holen hier, ich weiß gar nicht, wie lange das hier noch läuft, ehrlich gesagt, und ich nehme immer das, kackt mich weg, was ist das denn hier, jetzt wollen die sich da oben sozusagen verschwanzen, aber, ich capp, fuck, ich hätte fast gecappt, gibt's dafür Punkte, ey, äh, immerhin auch, dafür gibt's keine Punkte, was sind das hier eigentlich, guck ich gleich mal, aufgeben könnte man auch, ach so kommt man wahrscheinlich erst raus, ich habe ihn getroffen, ich habe gar nicht drauf geachtet, wo ich hinziele, okay, ich versuche es jetzt nochmal mit, dieses war ein Satz 2, die, schaut jetzt hier, verstehe ich nicht, wie ist das denn zustande gekommen, komm hier, so, das Springen ist auch total, äh, vor allem rückwärts laufen, ich will springen, aber er tut's nicht, er tut's einfach nicht, dessen ruckelt und puppelt, dass ihr so von sich hin, ja, na, äh, ist schon klar, ist schon klar, so läuft's natürlich, das kann doch nicht sein, was hat, ich weiß nicht, kann mir das immer nicht vorstellen, ich glaube Sir Bucket ist ein richtig verkackter Cheater, der riecht doch schon, förmlich nach Cheat, ja, doch mal da lang, haut bloß ab, hässliches Kind, na, ich habe nichts gegen, oh fuck you, mother, was hat das für eine Reichweite, jetzt mal im Ernst, zumal mir die Reichweite, ich habe immerhin eingekillt, immerhin habe ich eingekillt, oh, so, da hat erster Klasse, habe ich schon erreicht, Digga, so, Flagge ist verloren worden, wieso, äh, ist hier nicht der Abwunk, schat, jetzt holen wir uns, ich wollte gerade noch runter, was ist das denn, wieso war denn da gerade, äh, wieso war denn da gerade, slow-mo, jetzt spring doch mal, Jung, ich will mal nachladen, ist geschehen, kommt da einer, kommt da einer, was, achso, bin ich auch tot, kann ich nicht mitbekommen, dass ich gestorben bin, oh fuck, ey, ey, wo schießt er hin, hier, sie gehen jetzt hier schon wieder fest, ja, ich weiß, gleich geht es auch hier, aber er ist auch weg, Hauptsache, wir haben die Flagge, ich weiß nicht, wie lange das noch geht hier, okay, wir haben die Flagge, das ist wirklich, also, hui, ich warte jetzt erstmal hier, Kacke, warum spring ich auch in drei Leute rein, und feuer die ganze Zeit, und lad nicht nach, das ist schon dämlich, fuck, ich wollte mich gerade noch schnell drehen, aber ich hätte wahrscheinlich eh nur noch ein, zwei mal schießen können, und, der wäre wohl alles weg gewesen, wieso bin ich hier eine Krähe, ach, leck mich doch, das gibt es auch gar nicht, was, warum sagt hier keiner, dass man hier verrecken kann, als Krähe, Ende der Runde, ihr Team hat verloren, ey, ich habe die Schnurz so voll, so, komm, wie komme ich hier raus, ach so, Ausgang, brain out, ja, wahrscheinlich kommt es von, blow your brains out, oder so, ne, also, dass sie sich das Gehirn rausblasen, oder Gehirn von anderen rausblasen, also, mir ist es auf Dauer zu monoton, und, ich weiß nicht, aber ich glaube, für so, für 15 Minuten, wenn man mal irgendwie auf eine Pizza wartet, ist es ganz unterhaltsam, also, ja, danke fürs Zuschauen, aber hinterlassen, tut euch nicht weh, würde mir helfen, und wenn nicht, ja, hier, I blow your brains out, ne, ist schon scheiße, wenn man Englisch sprechen will, die Hälfte noch vernuschelt, also, bis dann, haut rein, viel Spaß noch beim Zocken, bis dann, ciao, ciao,